Jesus, du weißt, was mich ganz besonders bedrückt, was ich dir schon so oft gesagt habe. Es geht um das Fernsehprogramm. Mein Mann hat leider nicht die Gabe, dass er immer das richtige Programm wählt. Er schaltet so oft diese Talksendungen ein und der Geist, der dort herrscht, ist einfach ganz schlecht und das färbt auf ihn ab. Er identifiziert sich mit den Menschen, die dort sind, mit den Problemen, die sie besprechen. Es ist eigentlich ein offenes Sündenbekenntnis. Sie sprechen über Familienprobleme, über eigene Probleme, aber es wird eigentlich die Sünde legalisiert und alles gut geheißen. Es verwirrt seinen Geist und er kann selber nicht entscheiden, dass das so schlecht für ihn ist. Und ich habe oft versucht, mit ihm darüber zu sprechen, aber er hat nur gemeint, ja, das ist halt das Programm und ich kann es nicht ändern. Und die Kinder schalten genau dasselbe Programm ein, jeder in ihrem Zimmer. Ich bin umgeben von drei Fernsehern, wo dieses Programm läuft und ich weiß manchmal nicht, wohin ich soll. Ich kann nur zu dir flüchten, Jesus. Und ich bitte, dass du das änderst, dass du den Verantwortlichen, die das Programm auswählen, einfach deinen Heiligen Geist gibst. Sie haben die Macht, das Programm zu ändern, aber ohne den Heiligen Geist. Wissen auch sie nicht, dass es so schlecht ist und dass es auf die Familien abfärbt, dass die Familien dadurch entzweit werden, dass die Probleme nicht miteinander besprochen werden, sondern sich nur im Fernsehen angesehen werden und das ist nicht die Lösung. Jesus, du weißt es, wir alle brauchen deinen Heiligen Geist, bitte schenk ihn uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus, ich habe Böses getan, ich habe meine Rache durchgeführt, ich habe es gemacht. Ich habe ihn angerufen, ich habe ihn sicherlich sehr wehgetan mit meinem Anruf, sicherlich. Das war nicht gut, aber ich konnte nicht widerstehen. Und ich habe der Frau den Bericht geschickt vom Detektiv. Ja, ich habe mich eh gefürchtet, aber ich glaube, ich habe Erfolg gehabt und ich glaube, das ist jetzt beendet, das habe ich erreicht, dass die Affäre beendet ist. Nur, ich glaube, ich kann ihn nicht mehr zurücknehmen, selbst wenn er wollte. Ich kann nicht mehr, weil es steht zwischen uns, dass ich Rache genommen habe. Ja, ich könnte mir das sicher nie verzeihen. Er hat sowieso Vermutungen und hat mich angesprochen. Jesus, und ich habe abgeleugnet, ich habe gelogen. Zu etwas sollte man nicht tun. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich war feig auch noch. Ich habe mich nicht getraut. Jesus, er wird mir nicht verzeihen. Aber vielleicht, vielleicht kannst du mir verzeihen. Aber ich kann es noch nicht bereuen. Ich kann das nicht bereuen, was ich getan habe. Weil ich habe das Gefühl, ich hätte das nicht ausgehalten sonst. Es hat mich abgelenkt von meinem Unglück, dass ich mich gerecht habe. Das hat mir wieder Kraft gegeben. Wieso kann aus etwas Bösem etwas Gutes entstehen? Jesus, warum muss ich immer die Menschen verlieren, auf die ich hoffe und denen ich vertraue? Warum muss ich die immer verlieren, Jesus? Jesus, du bleibst mir. Du bist treu. Aber du bist weit weg. Du bist weit weg. Hier im Leben habe ich jetzt niemanden. Ich habe niemanden. in Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Herr Jesus, du weißt, warum ich jetzt da vor dir bete. Du weißt, was mich jetzt da so zu dir hinzieht. Ich habe in den letzten Tagen, in der letzten Woche, ich habe wieder aufs Gebet vergessen. Du weißt, das passiert mir so oft. Und jetzt habe ich wieder diese Fantasien. Du weißt, diese Fantasien von mir. Ich kann mich schon wieder nicht selbst annehmen. Ich kann mich schon wieder nicht so annehmen, wie du mich haben willst. Ich sehe mich schon wieder als irgendwer, als irgendwer besserer. Obwohl ich eigentlich wissen sollte, ich sollte wissen, dass du mich perfekt geschaffen hast. Nur Jesus, mein Herz will das irgendwie nicht akzeptieren. Mein Herz glaubt irgendwie, ich müsste etwas Besseres sein. Ja, du weißt, wie oft ich mich dann sehe, dass ich einfach keine Brille habe. Wenn ich mich dann sehe, dass ich nicht verkürzt bin. Dass ich eben ganz normal alles machen kann. Dass ich mich sehe als jemand, der total gelenkig ist. Und als jemand, der auch verschiedene Kunststücke und so machen kann. Und dann habe ich auch jetzt in der Zeit immer wieder so Fantasien. Du weißt, wie gern ich den Karl May hab, Jesus. Und dann, wie oft ich mich dann als Old Shatterhand jetzt sehe. Ich sehe mich dann wieder wirklich als einfach der Held. Ja, ich sehe mich dann, dass ich eine Pistole oder so in der Hand. Oder einen Revolver in der Hand habe. Oder manchmal auch ein Gewehr. Und ja, dass ich dann einfach irgendwie total cool bin. Und irgendwie total keine Angst habe vor irgendjemandem. Und dass ich dann irgendwie solche Situationen nicht mehr sehe. Wo dann irgendwo eine Schießerei ist. Und man sich immer von hinten irgendwo anschleichen muss. Und dass ich dann immer der bin, der irgendwie der Held ist. Und der sich dann in die Gefahr begibt. Und auch irgendwie den Bösen irgendwie niederschießt. Ich sehe mich auch manchmal als Fußballspieler. Dass man das ganze Stadion zujubelt. Und ja, ich hätte es gern. Und ich gebe es zu. Ich wäre gerne mal so. Aber hilf mir, dass ich einfach akzeptiere, dass ich einfach nicht so ein guter Fußballspieler bin. Aber dass ich dafür andere Eigenschaften habe. Eigenschaften, die ich in meinen Fantasien nie sehe. Jesus. Ich kann mich irgendwie so schwer annehmen, dass ich Eigenschaften habe. Eigenschaften, die gar nicht in meinen Fantasien vorkommen. Ich kann sehr gut mit Kindern umgehen. Aber ich sehe das in den Fantasien nie. In meinen Fantasien, da geht es eben um Stärke. Ja, dass ich wilder Held sein möchte. Auch Mädchen kommen manchmal vor, dass der Held halt immer eine Freundin hat. Und ich kann einfach nicht auf die Sachen sehen, die wirklich gut sind an mir. Ja. 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 Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Jesus. Diesen Tag hast du für mich gemacht, damit ich mich freue und damit ich fröhlich bin. Es fällt mir manchmal schwer, fröhlich zu sein, gerade jetzt in einer Zeit, wo ich Beziehungsprobleme habe. Niemand kennt meine Sorgen und Anliegen so wie du. Du weißt, wie sehr ich mir eine Beziehung gewünscht habe. Eine liebevolle Beziehung zu einem Menschen, zu einer Frau, die mich schätzt und die mich mag. Ich habe gedacht, unter Brigitte diese Frau gefunden zu haben. Ich hätte es mir so gewünscht. Doch mir wurde sehr deutlich, wie verschieden wir manchmal sind. Vater, gibt es noch eine Möglichkeit, diese Beziehung zu retten? Lass mich nicht scheitern. Lass mich nicht scheitern. Lass mich nicht verzagen. Ich habe die Brigitte sehr gerne. Und ich habe mich doch bemüht. Wir wollten doch beide, dass diese Beziehung in unserem Leben der Mittelpunkt ist. Ich will es nicht wahrhaben, dass jetzt alles so geendet hat. Vater, wenn es noch eine Chance gibt, so lass mich das wissen. Zeige du mir den Weg, wie ich noch einmal beginnen kann, mit dir ein Gespräch zu führen. Lass du mich die richtigen Worte finden. Lass mich zugehen auf sie. Hilf mir, dass sie mich versteht. Dass sie meine Worte erhört. Wenn es noch eine Chance und eine Rettung gibt, so liegt es in deiner Macht, Vater. Ich bitte dich darum, aber letztlich soll nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Amen. Ich bitte dich. Vielen Dank.